Herzlich willkommen zurück in Creeperland, beziehungsweise Creeper-World, Creeperland-World. Not my Mars. This place had a heart life. It's a heart of life. Ähm, wo ist denn der Rest vom Planeten? Soylent Energy Generation Failure. Das hört sich jetzt erstmal nicht so geil an. Soylent Offline. Reboot Complete. Sensor State Validation Fault. Location Verified for Mars. Unable to Complete. Arrival at Mars Complete. System Error. Maintenance Recommended. Welcome Dr. Saloy. I am XS. Null Pointer Exception. Cost at Corruption. Contact Rift. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, dass ich wirklich das Spiel ist. Irgendwas läuft hier bewusst schief, habe ich das Gefühl. Okay. Es sieht so aus, als ob wir da hin müssen. Und hier starten sollen. Okay. Heißt, ich starten mal hier. Äh. Ich kann. Wirklich? Okay. In Ordnung. Bekriege ich denn jetzt Energie? Creeper Ammitter Identified. Resource Terrain Located. Enabling Miner Technology. I'm calling you Sarge. What are these Miners? And yeah, this just looks just like Mars. Not exactly. Okay. Äh. Ich nenne dich jetzt Sarge. Was sind das für Miner? Und äh. Ja. Das sieht definitiv wieder Mars aus. These look like Mars Corp Energy Storage. Ultra Caps. Äh. I don't know. This turn looks like it was made for Miners. Rotate the Miner with O. Mine. No. Okay. I don't know. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jus 43 Maybe it's a bit too much Maybe ich sollte aufhören noch mehr zu bauen Hätte ich nur in einer vorangegangenen Folge gesagt, ich sollte zu Anfang nicht zu viel bauen Oh, warte mal, ich glaube, das habe ich gesagt Miner active Miner producing energy within range to accomplish nullification Operator responsiveness acceptable So Miners also make energy That's convenient Given Ada broke my Soylent Fields How do I get off this island? Okay Also Miner machen auch noch Energie Passend, weil Ada die Soylent Fields kaputt gemacht hat Und wie kommen wir jetzt von diesem Von diesem Inselchen runter? Soylent offline Das heißt, ich muss irgendwie hier rüberkommen Long Range Could do the trick Kann ich die bauen? Ach, Tatsache, guck mal hier Long Range Pylon Na, so langsam Geht's mit der Energie hier? Immer ein bisschen mehr Gen 11, Use 11 Perfekt Perfekt Die werden auch langsam gebaut Sehr schön Wir sind in need of more Miners So, Gen 26, Use 13 Das geht doch Sieht ein bisschen hoch aus Das Zeug Komm mal Da kommen wir nicht so nicht ran Okay, da müssen wir dann so runter Okay, wenn ich da irgendwie drauf komme Dann haben wir glaube ich einen Ankerpunkt Wirklich Das ist so weit Das ist so weit Jetzt wird der da oben frei Das ist super Ich sage mal Jetzt willst du mich doch verkackern, oder? Piu, 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 Piu Schau gut aus Schau gut aus Ja, hat ein bisschen Aua bekommen beim Runtersetzen Aber das ist egal Okay Dann brauche ich wohl noch sowas Wieso brauche ich eigentlich noch die kleinen Die kleine Jetzt halt Wirklich Jetzt halt Jetzt halt Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da wird weiter geballert. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. So, den Lullifier kriegen wir auf jeden Fall hin. Nummer 1. Nummer 1. Geht davon aus, dass es ein Schild Hinten brauchen wir auch nicht Geht davon aus, dass es ein Schild 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 Intel Execute 42 von 58 I wouldn't have it any other way Counselor active, scannen for peace opportunities, challenges identified, we are happy to render assistance, Soylent Fields reactivated, use this energy to negotiate, go in peace traveler We thought the universe would be teaming with intelligence, we thought we would learn from it, but covered in insane AI, whatever, I call you Hippie Okay, wir dachten das Universum wäre voller Intelligenz, wir dachten wir würden von ihr lernen, aber voller bekloppter KI, wie auch immer, ich nenne dich Hippie Sehr schön More energy is what I need Nicht, dass ich es brauche, aber ich will es aber haben I want it now Okay, da ist der nächste Nullifier, den müssen wir gleich angehen, das heißt du kommst Würde das schon für ein Nullifier reichen? Würde das schon für ein Nullifier, das heißt du kommst, wenn du dich auf einen Nullifier, beklären, das heißt du kommst du kommst, dann kommst du 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 komm Oh, damit müsste es gehen. Aber wenn wir den weg haben, ist der da hinten einfach nur noch ein Platz. Dichse Klackse Schabernachse. Das hat er mit Absicht gemacht. Die Morter sind richtig gut. So, das war dann der Nächste. Und dann vermutlich auch der Letzte. So wie es aussieht. Ja, mehr haben wir nicht. Zwei Stück. Duos Nulli-Feier. Achso. Man sollte die Tower vielleicht auch verbinden. Das wäre eine kapitale Idee. Witzig. Mit dem Kleinen können wir es verbinden, mit dem Großen aber nicht. Liegt das vielleicht doch daran, dass die Großen nur für Long-Range Verbindung sind? Da fliegt's zum Todem. Toddem. Toddemhem. X-Null. Kaboom. Riff Jump. Und das war's. Du bist ein bisschen schneller. Noise. Allerdings haben wir noch ein bisschen Creep übrig. Ja, das war dann diese Mission. Und die letzte Mission. Ruins Repurposed wartet auf uns in der Demo. Ich freue mich, wenn ihr dann auch noch mit dabei seid. Wie immer, liked, kommentiert. Hilft mir sehr im Algorithmus. Und wenn ihr Bock habt, seid auch gerne wieder dabei. Falls das Spiel nicht unbedingt was für euch ist. Ich habe noch ganz viele andere Plays, die ihr euch angucken könnt. In diesem Sinne einen traumhaften und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.